Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf Menschen treffen mit offenen Herzen, dass es zu Begegnungen kommt. Da ist sicherlich in unseren Pfarrgemeinden vieles möglich und da geschieht auch manches, das weiß ich auch. Und das würde ich mir wünschen, dass etwas von der Wärme des Weihnachtsfestes auch für diese Menschen spürbar ist, die ja vielleicht mehr als wir alle in einer Situation leben, wie es wohl damals die heilige Familie auch gelebt hat, wenn wir mal zwischen den Zeilen der Weihnachtsgeschichte lesen. Dann hören wir ja auch da Menschen, die auf der Flucht sind und die um ihre Familie kämpfen.